Willkommen zurück, meine verehrten Pokémon Trading Card Spieler. Ich begrüße euch zu einem weiteren Part vom Pokémon Trading Card Game 2. Und wir wechseln jetzt endlich mal unser Deck wieder aus, weil... Irgendwie kämpfen wir nur gegen Pokémon, die Grass sind. Und das ist halt ein so krasser Nachteil gegen unser Deck, dass ich da keine Lust drauf habe. Thank you for visiting this team... Wait, ach ne, da ist ein Punkt dahinter. This is Team Grass Fortress. Allow me to tell you about your opponents and explain the rules. The leader of the Grass Fortress is a man named Parker. In order to fight him, you must first defeat... Das ist klar, you learn about each man. Okay, that's all. Ja, okay. Also, so weit, so klar. Sorry, I'm busy at the moment. I came to meet my friend Melissa. Oh, aren't you, Fantas? Oh, I've heard you're real cardwiz. Well, I can't duel you right now. Please excuse me. Okay. I'm then of Team Grr. Strong, capable and... For your face, I have a 7-fold. One, if you have what I want. I'm looking for a 7-card. Dark Venusaur, 37. I'll trade my rare Venusaur, 67. Das hätte ich so gerne. Und wir haben sogar... Oh mein Gott, nice! Wir haben eins der Starter. Mit alternativen Artwork. Das ist tatsächlich super, super wichtig, weil dieses Venusaur ist ne Bestie. See, the illustration is different. Danke dafür. For I can't believe what I do to that nearby island. I hear that they just protect some kinds of legendary cards on it. What a waste. If I had cards like that, I'd put them in my deck. Ach, quatsch. Wobei die legendären Karten gar nicht mal so gut sind, also von daher. Good afternoon. Are you Phantas? I'm Elisa, one of the members of Team Grr's Grass Fortress. It's nice to finally meet you. I was told you would be coming. As per Team Grr's order, you must fight me to open this gate. So will you have a duel with me? Win and you'll get some new cards. Of course, you may also advance and will free this guy behind me. Isn't he the master of the science club on your island? He's free to go if you can defeat me, of course. Natürlich. Okay, okay, we'll have a pleasant match with four prize cards. Aber sie möchte einfach nur normales match. Okay. Inside Collector Deck. Ah ja, ich hatte ja, glaube ich, zu Beginn oder so gesagt, dass wir Gen 2 Pokémon hier sehen können. Aber ich glaube, das war eine Mod. Ich hatte nämlich ein Let's Play gesehen und da hatte jemand Gen 2 Pokémon verwendet. Aber ich glaube, das war eine Mod dafür. Weil wir haben ja bisher nicht ein einziges gesehen. Oh, das ist ein Blatt. Damit kann ich arbeiten. Magma als Lead zu haben ist soo widerlich. Vor allen Dingen gegen jemanden, der höchstwahrscheinlich sehr viele Feuerschwächen haben wird. Wir können zwar noch nicht angreifen, aber sobald wir das können, ist das Game Over. Wobei Caterpie uns natürlich jetzt komplett pararen kann, wie wir es ja auch gewohnt sind. Natürlich. Das heißt, wir werden wohl jetzt erstmal warten, bis wir bei 40 sind. Dann vielleicht zum ersten Mal angreifen können und dann das nächste Pokémon uns tötet. Ja. Das ist der klassische Verlauf der Dinge. Und Hetz. Natürlich. Natürlich. Was hast du sonst? Okay, Fighting Energie. Damit haben wir auch unser Hitmonchan erstmal ready. Das ist doch auch nicht verkehrt. Oh, du hast ein Venonet im Hintergrund. Das gefällt mir nicht. Hey, wir dürfen tatsächlich sogar eins früher angreifen als erwartet. Ist ja Wahnsinn. Weißt du, was ich zu dem Venonets sage? Das. Und wir gönnen uns noch eine Fighting Energie. Damit haben wir nämlich unser Hitmonchan dann komplett battle ready. Und wir firepunchen einfach the heck out of your Pokémon. Und wir haben gewonnen. Damit habe ich nicht gerechnet. Lass mir noch ganz, ganz, ganz sicher gehen. Das ist vorher schwächer. Okay. Wir haben tatsächlich gewonnen. Wahnsinn. Das hätt schief gehen können, Leute. Das hätt so schief gehen können. Ba 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 da. Oh well, I guess I lost. Noch mehr von den ranzigen Rocket Booster Packs. Dark Galaxian. 60. Für ein Evo 2 Pokémon wieder. You may switch Dark Galaxian with one of your benched Pokémon. Okay. Don't apply weakness and resistance for this attack. Wow. Dark Chameleon. Ich mag das Artwork sehr, aber es ist halt leider auch sehr useless. Beziehungsweise useless ist falsch. Fireball ist tatsächlich nicht schlecht. Ah, beziehungsweise nicht schlecht ist falsch gesagt. Das ist schon ziemlich mies, aber es ist nicht so schlecht wie die anderen attacken. Dark Prime, Dark Electrode, Magikarp, Eve, Dark Raticate, Redditor, Mankey, Machop. Okay. Okay. Rick will be free to leave his cage as well. Na dann Salomon. Ich hätte im Prinzip nur gesagt, dass ich ihn jetzt frei lässt. Thanks for your help, Fantas. Please take this card as thanks for your valiant rescue. Hungry Snorlegs. Taukt das? Eat. Rollout. Place one food counter on Snorlegs. You can't place a food counter on Snorlegs if it already has two food counters. When you use this attack, you may remove as many food counters from hungry Snorlegs as you like. If you do, this attack does 20 damage plus 30 more damage for each food counter you remove. Hm. Das heißt, man kann tatsächlich einen 80er Angriff daraus machen, was okay ist, I guess. I hope you'll have as much success with your future duels. As for me, I'm going to return to the Science Club. Feel free to stop by when you're back on our island. I'll be more than happy to have a duel or two with you if you're again. Das können wir gerne machen, wenn wir fertig sind mit der Insel. Oder wenn ich tatsächlich mal Bock hab, ein bisschen zu backtracken. You may proceed to the next room. James is waiting for you to. You battle him, too, korrekt? Ich mein, das ist doch genau das, wofür wir sind. So, I've finally made it over here, Fandas. Name's James, but I'm more commonly known by another name. Grrrrrr, Nummer eins. And that's Grrrr, number one. No way, I'm losing this time. If I do, there is no way the King of Team Grrrr will forgive me. Okay, James. Come on, let's go, Fandas. I'll show you the true strength of my deck. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Die Ironie ist ja, dass er auch keine neuen Regeln für uns hat oder ähnliches. Okay, wir leben mit Punita, holen Wulpix auf die Bank. Und ich denke, damit dürften wir problemlos durchkommen. Nebula. Okay. Ah, ich darf keine Trainerkarten einsetzen. Naja. Muss ich wohl mit leben, I guess. Wir ziehen aber Rapid Dash und sind damit schon an dem Punkt, an dem ich sage, das wird gefährlich für dich. Okay. Darkness. Flippekau eine Fett, der Defending Pokémon ist now confused. Tatsächlich matter das nicht so sehr, weil ich mein Punita jetzt entwickeln werde. Und damit haben wir Galoppa. Und ich darf jetzt natürlich auch Trainerkarten einsetzen. Bilden wir erstmal rein. Matchup. Und Stompen ein bisschen rum. Solidertreisiger. Hat jetzt nicht gemattert, dieser Coinflip. Bulbasaur. Und Zubart. Hm. Na gut, jetzt sind wir confused. Confusion ist tatsächlich gar nicht so gut. Werde das gedacht. Weil wir uns bei einem missglückten Coinflip halt selbst verletzen. Und das ist echt mies. So, schauen wir mal, ob wir durchkommen. Nein, tun wir nicht. 20 auf uns. Verdammt. Gar nicht gut. Und die Confusion geht, glaube ich, auch nicht weg, ne? Ja. Die bleibt. Okay. Wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem. Die Sache ist, ich kann es jetzt nochmal mit einem Coinflip versuchen. Aber. Okay, wenn ich jetzt nicht durchgekommen wäre, hätte ich ein großes Problem gehabt. Weil dann hätte ich nämlich mein Pokémon in meinen Zug ausgeschaltet und er hätte die Initiative gehabt. Okay, mit Byte ist leider unser Rapidash down. Können wir nix tun. Müssen wir leben. Und wir holen Bullpix rein. Weitere Fire Energy für dich. Du hast Resistance auf Kampf, das gefällt mir nicht. Und. Ah. Okay, wir müssen erstmal noch drinnen bleiben mit Bullpix. Sehr schön, jetzt haben wir den Confuse Ray. Masterball. Okay. Oh, Eivisor. Komm, hau dich selber. Nein, schade. Schade. Magma. Oh, endlich ein kleiner Hoffnungsschimmer für mich. Das matcht dann nämlich gar nicht gut aus der Zeit. Aber ich würde jetzt auch Energy Retrieval machen und Fighting Energy kicken. Und zwei Feuer dafür holen. Ich meine, es mattert nicht. Er bleibt ja confused. Er muss sich nur selber hauen. Hau dich bitte selber. Hau dich bitte selber. Hau dich bitte selber. Jawoll. GG. Wir kriegen den Kill. Und er muss sein Pokémon einwechseln. Das ist sehr gut. Wir haben sowas von Initiative jetzt. Und wir ziehen Ninetales. Warte, Ninetales braucht glaube ich viel Energie. Das heißt, wir wollen noch nicht entwickeln. Ähm. Oh, du hast noch gar nicht entwickelt. Oh. Hm. Okay. Spielen wir ein bisschen Risky. Wir kriegen den Confuse. Wir machen 20 Schaden. Na gut. Damit haben wir unser Ninetales eigentlich direkt verspielt. So. Aber das Magma im Hintergrund haben wir dafür ready. Und dieses Bulbsaur hat es jetzt auch nicht so einfach. Ah, natürlich glaubst du nicht an. Das wäre auch ein großes Risiko gewesen. Gut. Wir holen dieses Magma rein. Rapidash. Hm. Geben jetzt eine Fighting Energie. Und machen halt einfach Fire Punch. Das mattert ja nicht. Bulbsaur ist down. Wir haben unsere Preiskarte. Hitmonchan. Nett. Und entwickelst du jetzt? Nein, tust du nicht. Du poisonsst einfach nur, was gar nicht mal so schlau von dir war. Das war wirklich alles andere als schlau. Aber gut. Wir haben theoretisch gewonnen. Lass mich nur nochmal ganz sicherheitshalber. Ganz sicherheitshalber. Checken. Wegness Fire. Ah, nee. Es ist Coin Flip. Okay. Das heißt, wir haben nicht garantiert gewonnen. Wir könnten sogar unter Umständen jetzt noch verlieren, wenn wir Pech haben. Nee, verlieren können wir nicht. Aber wir haben ein Problem. Auf jeden Fall. Okay, da kommt Gastly. Wir können vielleicht doch noch verlieren. Nita. Rapidash. Du hast, glaube ich, eine Fighting Resistance. Ja, das ist gar nicht gut für uns. Wobei es egal ist. Wir wollen einfach das Bulbasaur rein. Ich habe vergessen, dass ich Gaston Winter auf der Hand habe. Firepunch, Bulbasaur und weg mit dir. Oh mein Gott. Das hätte schief gehen können. Wenn unser Magma jetzt besiegt worden wäre, hätten wir nichts mehr machen können. Ich glaube, ich muss übrigens Kampf als Typen verbanden aus meinem Deck. Dang it, beat me again. Take this. Jinx. Jinx. Oh, das ist gar nicht mal so verkehrt. 50kp ist vielleicht ein bisschen wenig. 60 hätte mehr gebracht, aber naja. It seems like all I do is anymore. Hä? Hab ich das gerade richtig vorgelesen hier, oder? Man, I sometimes wonder if you're an unbeatable kid. While a loss is a loss, I open the doors. Jinx hat mich zweimal besiegt und seitdem habe ich tatsächlich nicht mehr verloren. Go quickly. Liz is waiting for you in the other room. She's so much stronger than me. So gone already. Bevor wir go on already. Wie gesagt, will ich die Kampf-Pokémon kicken. Weil ich mich ehrlich gesagt nicht mal auf Machop und Machop verlassen kann. Hitmonchan ist nicht schlecht als Reserve-Pokémon, aber es taugt halt nicht genug für uns. Ich bin am überlegen. Ich könnte Electro-Bus reinnehmen. Und ungefähr sechs Elektro-Energie. Eigentlich zumindest einen kleinen Ausgleich, I guess. Wenn wir das alte Sichler hätten, dann hätten wir ja sowas von Banger. Und ich könnte Joltien und Flaring reinpacken. Ja, ja, ich denke, das mache ich. Okay. Dann packe ich drei Ebolis rein. Und ersetze die Fighting-Energie durch sechse, sieben, sieben Elektro-Energie. Okay. Und das ist erstmal so weit fair. Oh, ist es mein turn already? James ist so unreliable. Ich bin Liz, of course, ich bin also ein Mitglied von Team Grr. Ich bin addressing F-Hunters, die Child-Defining Team Grr, korrekt? I suppose you're looking to battle Parker for a Grass-Coin. In order to get through to him, so you'll need to defeat me. Then let's duel. But I want to finish tending to these flowers. But battles come before Begonias. I have special terms for dueling. I only fight against decks with Grass as their only energy cards. Okay. Okay. Dann... Ich hoffe, ich habe genug... Ich glaube, ich habe nicht genug Trainerkarten. Wir schauen mal. Notfalls muss ich erstmal ein bisschen min-maxen. Wir wollen auf jeden Fall Bob-Saw spielen. E-Bissaw und natürlich das sehr krasse Venus-Saw. Und dann würde ich sagen... Nehmen wir noch hier unten Seifer mit rein. Tangela. Volle Kanüle. Dieses Mistvieh. Hier ist es so stark. Äh, wir haben leider keinen Grimmer. Schade. Wir könnten noch Renonette und Venomoth mit reinnehmen. Die sind nicht verkehrt. Aber ich habe... Oh doch, ich habe zwei Venomoth. Okay. Machen wir so, I guess. Ja. Und dann nehme ich noch... Das gute alte Snorlax. Snorlax. Äh, wir haben keins von den 26er-Liquitank. Schade. Gut, alt ist Snorlax, mein Freund. Dann holen wir... Taurus, Taurus. Taurus, Taurus. Haben wir ein neutral angreifendes Feuer-Pokémon? Bei euch brauche ich nicht schauen, das weiß ich jeweils alles. Ponita-Technisch gesehen. Und Rapidash, aber wir können leider nicht auf den Rest von dem Kit zugreifen, was schade ist. Schade. Na gut. Dann... Und dann schauen wir mal. Energy Retrieval, Energy Removal. Energy Search. Professor Oak. Oh, ich habe noch vier Bills. Wow. Pokémon Trader. Äh, dann würde ich sagen... Ah, wir haben keinen Gas auf Wind mehr. Verdammt. Der wäre ziemlich gut gewesen. Pokéball? Ja, wir können auch ein paar Grass Energy reinpacken. Sagen wir 18. Dann müssen wir ja ein paar mehr Pokémon Tenten. Da können wir ja mal schauen. Wigglytuff. Na, wir haben nur einen Jigglypuff. Lohen sich nicht. Ah, noch ein Snorlax. Wir könnten sogar als Dragonite spielen, aber Dragonite lohnt sich nicht. Ah, packen wir noch eine Energy Retrieval rein. Noch irgendwas zum Graben? Irgendwas, womit wir noch ein bisschen graben können. Ach. Wenn in doubt, just switch. Okay. Safe Deck. Äh, cool. So. Gras. Tut mir einfach gras. Okay. Oh, back so soon. I hope you've been well. Oh, King Aniston trusted me. Blah, 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 blah. Come, let's go. Great. We may begin our fight then. Walking Toxin Stack. Oh Gott. Das klingt ja anstrengend. Dann wieder oben. Ich hab Tangela. Und Tangela ist der im Begriff davon. Unser Blatt sieht merkwürdig aus, aber es ist nicht so verkehrt. Okay, let's go. Wieder auf den Anfang. Sehr schön. Das ist sehr wichtig tatsächlich. Ach, natürlich hast du Glumanda. Was er sonst machen will. Another one. Da ist unsere Pflanzenenergie. Pugetball. Schade. Und another one. Cool. Bulbasaur. Wir sitzen gerade ein bisschen auf dem Trockenen. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir absolut nicht. Noch ein Pokéball. Aber wir brauchen gerade keine Pokémon. Wir brauchen... Na, wir kriegen sie nicht mal. Wait. Ich hab vergessen, dass dir auch die Grasenergie wegnehmen kann. Ja, hat sich erledigt. Tangela ist leider dead. So, dann gehen wir mit Tauros rein. Oh, ähnlich. Energy Surge. Bitte. Damn. Das wär gemein. Okay, dann. Bitte noch ne Energy. Das ist sich noch. Das ist keine Energy. Retrieval. Retrieval weg. Energy. Dass ich das so ineffizient verwenden musste, ist ein bisschen sehr, aber ey. Bleibt nichts anderes übrig. Wir mussten das tun. Sonst wären wir hier nicht mehr vorwärtsgekommen. Ich weiß nicht, warum unsere Card Economy gerade so mies ist. Hey. Ähm. Hast du... Ach, ne. Tangela. Dann würde ich Tangela weiter ausstatten. Weg mit Charmander. Preisenergie. Jawohl. Also Preisenergie. Ah. Poison Vapor. Poison Detectors. Ten Damage to Each of the... Oh mein Gott, was? Power. Was soll das denn? Der Damage teuer war meine gesamte Bank. Das ist fies. Das ist richtig fies. Oh, wir kriegen natürlich keinen Kopf. Verdammt. Oh Gott, nein. Dieses dunkle Arbor. Warum hast du nicht nochmal Dark Vapor gemacht? Das hätte auch viel mehr gebracht. Du hättest meiner ganzen Bank nochmal 10 Schaden machen können. Das wäre so gefährlich gewesen. Ja, wir wollten natürlich für Poison Powder gehen. Wir tauschen das Venomoth gegen ein anderes Pokémon. Ivysaur. Und Tangela, Poison Powder. Wir müssen das Arbor in die Range kriegen, dass es getötet wird. Jetzt macht's wahrscheinlich wieder den Vapor, was dafür sorgt, dass meine gesamte Bank wieder 10 Schaden kriegt. Oder auch nicht. Okay, ehrlich gesagt, wirst du mir damit gerade einen kleinen Gefallen. Klar, wir werden leider mit Tangela nicht überleben können. Du wirst einen weiteren Kill bekommen. Meine Bank ist hart angeschlagen. Aber, oh mein Gott, die ganze Grass Energy. Aber wir haben endlich die Möglichkeit zu spielen. Okay, Poison Powder. Glomanda ist damit auch vergiftet, was sehr gut ist. Ja, Tangela. Du hast uns noch irgendwie davor bewahren können, direkt zu verlieren. Jetzt, Ivysaur, ist dein Zug. Snorlax. Ja, Bleachseed. Und wir können uns zumindest heilen. Und wir können sogar gegenheilen, dadurch, dass wir von Glomanda halt immer nur 20 Schaden bekommen. Äh, Vinewip wollen wir auf jeden Fall auch haben. Aber, oh ja, stimmt, natürlich. Aber ich will erstmal Venonet im Hintergrund vorbereiten, damit wir Venowulf daraus machen können. So, wir Leachseeden erstmal eine Weile. Und Venonet ist auf jeden Fall jetzt auch vorbereitet. So, jetzt muss ich erstmal rechnen. Wenn wir jetzt nochmal 20 machen, dann heilen wir 10. Und Gift. Oh, Vine ist so. Aber du brauchst, glaube ich, 4, ne? As often as you like during your turn, you may take one energy card. Oh, mein Gott. Und dann hast du, glaube ich, Flat 60, wie du immer machst, oder? Ja. Vine ist so, mein Retter. Wir können tatsächlich gewinnen. Er wird natürlich wahrscheinlich wieder Arbok reinholen. Arbok macht 10, vergiftet uns. Macht dann 10, wenn der Turn-Switch ist. Und das heißt, wir würden 20 nehmen. Dann würde ich zu Venusaur gehen. Und würde dafür sorgen, dass wir überleben. Beziehungsweise natürlich dann auch direkt 60 Schaden machen können. Im Hintergrund können wir Volvessaur weiter ausstatten. Venomoff natürlich nicht vergessen. Und wir Leachseeden uns den Kill hier an Charmander. Bling. Oh, er geht mit Rettern rein. Also sie. Okay, was ist jetzt ihr Plan? Was kann Rettern? Noch ein Dark Arbok? Also nochmal dasselbe. Sie versucht praktisch nochmal dieselbe Strategie, nur mit einem frischen Arbok. Aber sie hat nicht die Rechnung damit gemacht, dass ich jetzt gerade das große Ivy Store auf der Hand habe. Das heißt, wir können das Match benden. Venusaur meine ich natürlich. So, Pokémon Power. Yes. Ich möchte alle Pflanzenenergien von Venomoff. Und bin sowas von bereit, ich weg zu Solarbeam und GG. Und genau deshalb habe ich gesagt, dass wir es brauchen, das Ivy, äh, Venusaur. Dann, das war ein Match. Das hätte schief gehen können. Der Glumander Vorteil, den sie hatte, der hätte uns so ins Fleisch schneiden können. Oh dear, it seems I've been bested. Dark Galaxian, Dark Prime Map. Alles wieder so Sachen, wo ich mir denke, ach, freu nicht. I'm surprised you have quite a lot of skill hunters. Since you have defeated me, I shall open the doors leading to Parker. Please wait just a moment. Okay. Auch wenn der Part schon wieder 28 Minuten ist, denke ich mir, Wir wollen auf jeden Fall noch das Finale gegen den Typen sehen, nicht wahr? Zumindest will ich das. So, mal sehen, was er sagt. Welcome to the Garden of Light. I'm Parker, the Grr-Leader of Grass. Yes, I am indeed Parker, but you. You are Phantas, correct? I assume you're after my coveted Grr-Grass coin. That's the case. You must first challenge me to a battle and win. By the bay, äh, by the bay. There are special rules when you do it here. Grass, Pokémon are immune to sleep, poison, paralysis and confusion. No status conditions at all. It's an amazing condition. Ja, das ist ziemlich gemein, weil dadurch unser Magma ziemlich im Nachteil ist. Aber, was wollen wir tun? Das heißt, er gibt einfach sein Pokémon einen absurd-harten Heimvorteil. Da Gloom, Waterturtle, Watert... Oh mein Gott, er hat auch noch Waterturtle. Das heißt, wir sind auch noch ein bisschen im Nachteil, was Typen betrifft. Ich sag mal, was ist los mit dir? Okay. Bonita, Bonita, Wullpix. Wir fangen mit Bonita an und let's freaking go. Ah. Kangama. Kangama heißt, er kann sich jetzt erstmal dumm und dümmer ziehen, bis wir unsere beiden Energiekarten drauf geballert haben. Und ja. Wir können aber in der Zeit erstmal auch schön vorbereiten, was wir hier haben. Das passt soweit und done. Gut. Kangama wird halt wirklich nur dazu benutzt, um im Feld zu sitzen und die ganze Zeit halt Energy zu... äh, nicht Energy. Um die ganze Zeit halt Karten zu crawlen. Oh. Damit hab ich jetzt nicht gerechnet, dass du da eine Double Farblos drauf haust. Unter Umständen könnte das gefährlich werden. Wir entwickeln jetzt auf jeden Fall zu Rapidash und geben eine Electric Energy auf Rapidash. Agility Kopf. Jawohl. Und uns ist egal, Kangama. Du bist sowas von down im nächsten Zug. Agilität sorgt nämlich bei Kopf dafür, dass wir keinen Schaden erleiden können. Das heißt, du kannst damit machen, was du willst. Ja. Fetch mal weiter Karten. Mach das. Wir bilden mal ein bisschen rum. Evoli, sehr schön. Bonita, klatschen wir natürlich auch auf die Bank. Und wir starten unser Evoli mit Elektroenergie aus und Professor Oaken mal. Was haben wir hier Schönes? Wir haben nur Energy und Gas auf Wind. Jawohl. Ah, Agility ist so böse. Elektro-Bass, okay. Hm. Okay. Da, Gloom. Und jetzt hast du deinen Skrull mit einer Pflanzenenergie ausgestattet. Okay, verstehe. Zeig mal her. Shell-Attack 20. Egal was. Warte, dein Gloom, wie viel hat das? Und es hat Feuerschwäche, oder? Es hat 50. Und es hat Feuerschwäche, das heißt, wir haben, was wir machen wollen, definitiv gerade im Visier. Wir geben Fire Energy an Magma, damit das direkt Battle Ready ist. Das müsste ja das, warte, welch Magma haben wir hier? Ja, das ist das Magma, das Battle Ready ist und wir brauchen Smog theoretisch nicht, weil wir Pflanzen Pokémon eh nicht poisen können und bei dem Rest wollen wir Magma eigentlich gar nicht im Feld haben. Und wir machen Gas auf Wind. Da Gloom, du kommst rein. Und du kriegst eine geschmeidige Agilität ins Gesicht und wir kriegen nochmal Kopf. Oh mein Gott, all das Münzglück, was wir in den vorherigen Parts nicht hatten, ist jetzt auf einmal zu uns gekommen, wie es aussieht. Sehr schön. Wahrscheinlich auch nur für diesen Kampf jetzt. Für nichts anderes. So, sehr, sehr, sehr gut. mit den Vorbereitungen stehen wir halt unglaublich toll im Feld. Ich würde Elektrabass, was wir gerade hier gezogen und platziert haben, mal ausstatten. Fair. Die 30 Schaden sind es aber auch schon wert. 40 Schaden, muss man halt mal tanken. Was soll's. Electric Energy auf Elektrabass. Und ja, leider können wir nicht einen Zug Schaden bekommen, das heißt, unser Rapidash könnte tatsächlich K.O. gehen, aber wir haben eben auch ein Elektrabass im Hintergrund, was jetzt so gut wie fertig ist. Und das Schiggy, das kann erst mal gar nichts. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wartet, lasst mich checken. Brauchst du drei Energie? Ja, du brauchst drei. Okay, ist es noch nicht ready. Dann Elektrabass, nimm die Elektrik Energy. Jetzt bist du ready. Heute ist schon Cypher. Ich mag dein Cypher nicht. Ja, damit und dein Cypher wird auf jeden Fall im nächsten Zug sterben, wenn du es nicht auswechseln kannst. Oh, kannst du, aber Oh. Flipp a coin of heads, prevent all damage done. Das ist gar nicht cool. Ah, schade. Das heißt, dieses War Turtle könnte uns ein bisschen gefährlich werden. Gut, starten wir weiter im Hintergrund unsere Pokémon aus. Ernsthaft, wir können Magma vielleicht doch Smog vorbereiten, aus dem einfachen Grund, dass wir, ah, schade, keine Agilität für uns, dass wir, ja, doch eine ganze Menge Non-Pflanzen-Pokémon hier haben. doch ein paar mehr, wo ich sagen würde, ne? Nicht verkehrt, doch, Magma auszustatten, I guess. Okay, jetzt hat er all mein Münzglück genommen, wie es aussieht, was ich dieses Duell hatte. Weiteres Magma, jetzt ging gerade nur Pokémon, das gefällt mir nicht. Dann starten wir Ninetales aus und gehen jetzt auch wieder für die Agilität. Kopf, okay, wir sind safe. Wir sind gerade in einem Stallwar. Wenn du jetzt Withdrawal failen solltest, tust du, sehr gut. Dann war nämlich mein Gedanke, dass ich rausswitsche. Wir haben Evoli weg und nehmen die eine Electric Energy, damit wir sie an Jolten anlegen können und wir retreaten zu Electabuzz. Thundershock und GG! Watertel müsste down sein. Ja, sehr schön. Das ist gewagt, Garantiertes Vergiften ist böse gegen uns. Wie viel kostet Austauschen? Ah, du hast zwei Retreat-Kosten. Oh, das ist viel. Das ist sehr viel. Wir starten weiter Ninetales aus. Thundershock. Schade. Ich glaube, da haben wir uns sogar selber Schaden, oder? Nein, tun wir nicht. Okay, also Thundershock ohne Nachteil. Zumindest etwas, I guess. Oh, jetzt verschlä... Du schläferst uns auch noch ein. Was soll denn das? Electabuzz verschläft dir einfach seinen Kill. Oder auch nicht. Okay. Bill! Energy Removal. Energy Removal. Sehr schön. Wobei, wenn ich gerade deine Backrow so sehe, brauche ich das gerade nicht. Dann nehme ich mir das für eine gefährlichere Situation auf. Und starte weiter Ninetales aus. Ich gehe mit Elektrik raus und hole Magma rein. Fire Punch. Boom. Okay. Okay. Jetzt haben wir Shiggy im Feld und das kann auch erstmal wieder nichts tun und ist einfach nur ein Deathorder. Das ist gewagt von dir, muss ich sagen. Aber es spielt keine Rolle mehr. Ninetales, Fire Blast und GG. Das war ein interessantes Duell, aber er hat keinen einzigen Kill machen können. Tada. Ich seem to have lost. Trotz deines Vorteils. Aber du hast auch nicht wirklich Pflanzen Pokémon eingesetzt, was sehr merkwürdig war. Dark Gyarados. Okay. Final B. Wenn Dark Gyarados is knocked out by an Attack Flip a Coin if heads this power does 20 damage for each Water Energy attached to Dark Gyarados to the Pokémon that knocked it out. Das ist interessant. Und ja, Ice Beam ist natürlich der Klassiker. Sehr schön. Nimm ich immer gerne das Taurus. Und wir haben tatsächlich jetzt auch einen Grimmer. Das ist sogar das widerliche Grimmer. Oh. Okay. Noch ein weiteres Jinx. Nett. Und noch ein Grimmer. Dark Rapid Dash. Rear Kick, Flame Pillar. Ich glaube, das hatte ich mir schon mal angesehen. Ah ja, okay, das ist das. Ja, nee. Muss nicht sein. Additionally, to show your victory, I must give you the Grr Grass Coin. Da 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 da. Man kann ja sagen, was man will. All die Team Great Rocket Leute sind wenigstens faire Loser. With that coin, you will be allowed to enter the Grr Electric Fortress. Come visit again if you'd ever like to battle in the nature's magnificent 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 egal. Egal. Magnificence. Ja, 40 Minuten auf dem Tacho. Es macht einfach zu viel Spaß, dieses Spiel. Ich bin so froh, dass ich mir das Let's Play Projekt mal vorgenommen habe und ich hoffe, ihr habt auch soweit Spaß damit. Naja, so oder so. Wir sind uns im nächsten Part wieder. Electro Fortress it is und bis dahin macht's gut.